Barclay Card Visa oder Hanseatic Bank Genialkart? Welche Kreditkarte ist besser? In diesem Video stellen wir dir die beiden beliebten Kreditkarten gegenüber und geben dir eine Entscheidungshilfe für deine Auswahl. Wir zeigen dir alle wichtigen Konditionen sowie die Vorteile und Nachteile beider Karten. Herzlich Willkommen auf dem Geldratkanal. Wenn du neu hier bist und dich das Thema Geld interessiert, dann lass gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Bedingungen für die Genialkart und die Barclay Card kaum. Beide Karten bieten einen Kreditrahmen und die Möglichkeit ohne Fremdwährungsgebühren Geld weltweit abzuheben oder mit Karte zu bezahlen. Im Detail gibt es aber Unterschiede und die zeigen wir dir jetzt. Die Kreditkarten der Barclay Card und der Hanseatic Bank im Vergleich 1. Die Kreditkarte Bei beiden Anbietern erhältst du eine Visakarte mit Weltreiterakzeptanz und in beiden Fällen handelt es sich um eine sogenannte Revolving Karte. Das bedeutet, dass du mit beiden Karten einen echten Kreditrahmen bekommst. Außerdem hast du bei einer Revolving Kreditkarte die Wahl, ob du die monatliche Kreditkartenabrechnung jeweils komplett bezahlst oder eine Teilzahlung nutzt. Letzteres ist in der Regel sehr teuer, dazu aber gleich mehr. 2. Jahresgebühr Bei der Barclay Card Visa fällt keine Jahresgebühr an, weder im ersten noch in den Folgejahren. Sie ist bedingungslos kostenlos, es wird also auch kein Mindestumsatz gefordert. Auch bei der Genialkart Visa Karte von der Hanseatic Bank wird keine Jahresgebühr berechnet. Sie ist ebenso ohne Bedingungen kostenlos. 3. Startguthaben Barclay Card bietet für Neukunden zum aktuellen Zeitpunkt ein Startguthaben in Höhe von 50 Euro. Alles, was du dafür tun musst, ist, die Karte innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt zu benutzen. 8 Wochen später wird die Willkommensprämie auf deinem Kreditkartenkonto gutgeschrieben. Auch die Hanseatic Bank begrüßt Neukunden mit einem Startguthaben, das mit 30 Euro etwas geringer ausfällt, als das von der Barclay Card. Um die Willkommensprämie zu erhalten, musst du die Karte dreimal innerhalb der ersten 4 Wochen nach Erhalt benutzen. Die Gutschrift erfolgt dann innerhalb von 6 Wochen nach dem Karteneinsatz. Startguthabenaktionen können sich schnell ändern. Ob es sie noch gibt, wenn du das Video schaust, erfährst du unter den Links in der Beschreibung. 4. Akzeptanz Visa bietet weltweit die meisten Akzeptanzstellen bei Geschäften und Dienstleistern. Außerdem ist auch praktisch jeder Geldautomat mit einer Visakarte nutzbar. Darüber hinaus handelt es sich sowohl bei der Barclay Card als auch bei der Genial Card Visa um eine echte Kreditkarte, sodass du beide Karten problemlos in jeder Autovermietung und bei Hotelbuchungen einsetzen kannst. Mit Debitkarten kann es hier zu Problemen kommen. 5. Geld abheben mit der Visakarte Mit der Barclay Card Visakarte kannst du weltweit kostenlos an Geldautomaten Geld abheben. Es fallen keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. Auch mit der Hanseatic Bank Visa Karte kostet Geld abheben weltweit keinen Cent. Auch hier fallen keine Fremdwährungseinsatz- oder Auslandsgebühren an. Geld abheben ist auch in Deutschland mit beiden Karten kostenlos. Du kannst jeden Automaten mit Visazeichen nutzen. Beachte aber, Automatenbetreiber im Ausland, zum Beispiel in Thailand und den USA berechnen in einigen Fällen eigene Gebühren, auf die dein Kreditkartenanbieter keinen Einfluss hat. Diese Gebühren werden nicht erstattet. Vermeiden kannst du sie, indem du, wann immer möglich, mit Karte statt mit Bargeld bezahlst. 6. Kartenzahlungen Mit der Barclay Card Visa Kreditkarte kannst du weltweit kostenlos bezahlen. Ausnahmen sind Casinobetriebe, Lotteriegesellschaften, Wertpapierhandelsbörsen und Wettbüros. Hier fallen bei Kartenzahlungen Gebühren in Höhe von 4% an. Auch mit der Genialkart fallen grundsätzlich weltweit keine Gebühren für Zahlungen an. 7. Zinsen und wie du sie vermeidest Grundsätzlich solltest du die Teilzahlungsfunktion bei Revolvingkarten nicht nutzen, sondern die monatliche Kreditkartenabrechnung immer voll ausgleichen. Bei monatlicher Vollzahlung sind beide Karten zinsfrei, so dass du sie völlig kostenlos nutzen kannst. Wenn du die Teilzahlung in Anspruch nimmst, fallen bei der Barclay Card Visa Zinsen von effektiv 18,38% per annum an. In der Barclay Card App kannst du ganz einfach die zinsfreie Vollzahlung z.B. per Lastschrift auslösen. Der effektive Jahreszins für die Teilzahlung bei der Genialkart beträgt etwas günstigere 13,6% per annum. Bei der Hanseatic Bank Genialkart kannst du die zinsfreie Vollzahlung per Lastschrift im Onlinebanking einrichten. 8. Zinsfreies Zahlungsziel Bei der Barclay Card hast du ein zinsfreies Zahlungsziel von bis zu 8 Wochen, wenn du deine Abrechnung voll bezahlst. Bei der Genialkart ist das zinsfreie Zahlungsziel 4 Wochen, wenn du jeden Monat die komplette Abrechnung bezahlst. 9. Partnerkarten Es kann sinnvoll sein, den Kreditkartenrahmen z.B. mit Familienmitgliedern zu teilen. Bei der Barclay Card Visa kannst du bis zu 3 Partnerkarten erhalten. Wie bei der Hauptkarte fallen auch bei diesen keine Jahresgebühren an. Für die Genialkart Visa können leider keine Partnerkarten bestellt werden. Grundsätzlich ist eine Partnerkarte nicht unbedingt nötig, denn der Partner kann ja auch eine eigene Kreditkarte beantragen und erhält so auch einen eigenen Kreditrahmen. Wenn der Partner oder die Kinder jedoch aufgrund schwacher Bonität keine Möglichkeit haben, eine Kreditkarte zu bekommen, dann ist die Partnerkarte eine praktische und unkomplizierte Möglichkeit. 10. Kreditrahmen Bei der Barclay Card erhältst du zum Start einen Kreditrahmen von bis zu 1000 Euro. Nach 6 Monaten kannst du eine Kreditrahmenerhöhung anfragen. Das geht ganz einfach, indem du im Onlinebanking oder in der App eine formlose Nachricht sendest. Wenn du deine Karte häufig bis zu deinem Limit nutzt und die Kreditkartenabrechnungen immer pünktlich bezahlst, ist es möglich, dass Barclay Card dein Kreditkartenlimit automatisch anhebt. Und wenn du einen höheren Verfügungsrahmen benötigst, als es deinen Kreditrahmen zulässt, kannst du auch ganz einfach Guthaben auf dein Kreditkartenkonto überweisen. Dein Verfügungsrahmen erhöht sich dann um die Höhe der Überweisung. Bei der Genialkart der Hanseatic Bank erhältst du einen Kreditrahmen von bis zu 2500 Euro zum Start. Auch hier kannst du die Erhöhung des Kreditkartenlimits formlos beantragen. Bei intensiver Nutzung und zuverlässiger Rückzahlung der Kreditkartenbeträge ist außerdem auch hier eine automatische Erhöhung durch die Hanseatic Bank möglich. Die Genialkart kann zudem ebenfalls im Guthaben geführt werden, sodass du dein Kartenlimit einfach durch eine Überweisung erhöhen kannst. 11. Google Pay und Apple Pay Sowohl mit der Barclay Card Visa als auch mit der Hanseatic Bank Genialkart kannst du Apple Pay und Google Pay gratis nutzen. Es spielt also bei beiden Karten keine Rolle, ob du ein Android Smartphone oder ein iPhone hast. Eine Besonderheit bei der Hanseatic Bank. Das Gutscheinportal mit Bonusvorteil. Als Besitzer der Genialkart hast du Zugriff auf ein Gutscheinportal, bei dem du für zahlreiche Online-Shops Gutscheine kaufen kannst. Das Besondere daran, du kaufst einen Gutschein zu deinem Wunschbetrag und erhältst einen höherwertigen. So zahlst du beispielsweise 100 Euro, erhältst aber einen Gutschein von 120 Euro. Der Gutschein wird dir innerhalb von Minuten per E-Mail zugesendet. Im Gutscheinportal sind einige der bekanntesten Online-Shops vertreten, unter anderem Zalando, Footlocker, HelloFresh, Flixbus, Jochen Schweizer, LastMinute.de, JKO und mehr. Bevor es weitergeht, wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Vielen Dank dafür! Barclay Card Visa oder die Genialkart von der Hanseatic Bank? Welche Kreditkarte ist besser? Beide Kreditkarten bieten top Konditionen und ergänzen jedes Girokonto perfekt. Egal wie du dich entscheidest, du machst grundsätzlich mit keiner Karte etwas falsch. Die Barclay Card bietet dir ein fast doppelt so hohes Startguthaben und ein längeres zinsfreies Zahlungsziel. Bis zu 8 Wochen sind hier möglich. Auch wenn du eine oder mehrere kostenlose Partnerkarten benötigst, um deinen Kreditrahmen, zum Beispiel mit Familienmitgliedern zu teilen, ist die Barclay Card die richtige Wahl. Wenn das nicht wichtig ist, dann bietet dir die Hanseatic Bank zur Genialkart das Gutscheinportal mit den Preisverteilen. Mit beiden Karten kannst du vor allem auf Reisen im Ausland viel Geld sparen. In der Beschreibung findest du die Links dazu. Noch mehr sparst du mit den kostenlosen Cashback Kreditkarten. Schau unbedingt das Video, was wir dir hier verlinken. Da stellen wir dir vier davon vor. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Like. Und wenn du noch Fragen oder einen Videowunsch hast, dann schreib gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!